Wir haben angefangen von einem klassischen Zeitungsverlag zu einem Medienhaus zu werden, so vor ca. 10 Jahren. Das ist natürlich der Medienvielfalt geschuldet, wo sich Mediennutzungssituationen einfach verändert haben. Wir haben heute über 400 Produkte in unserem Portfolio, sodass sie im Grunde genommen keine Alternative mehr brauchen, wie ein vollumfängliches Medienhaus mit allem Angebot, das benötigt wird. Wir sind eine Bürgerzeitung. Das heißt, wir machen Zeitungen mit unseren Lesern gemeinsam. Als Kunde des Medienhauses haben Sie die Möglichkeit, Menschen an ganz unterschiedlichen Momenten in ihrem Leben abzuholen, sie auf sehr unterschiedlichen, auch emotionalen Levels zu erreichen. Wir begleiten die Menschen durch ihren Alltag. Wir nutzen natürlich die Möglichkeiten dieser Zeit. Wir müssen immer differenzierter an unsere Kunden herangehen. Wir müssen immer differenziertere Angebote machen. Ich brenne dafür, dass der seriöse Journalismus in dieser Region eine starke Stellung behält. Ich brenne dafür, dass wir für unsere Kunden da sind. Ich brenne dafür, dass wir eine gute Zukunft haben in dieser Region. Was auch immer Sie vorhaben, wir sind die richtige Wahl, weil wir die passenden Produkte haben und weil wir die Beratungsqualität haben, aus diesen Produkten immer das beste Angebot auszuwählen. Und ich brenne für die Ausbildung. an den Diskussionen zu bewegen. Ich will es nicht einfach, wenn wir in der Zukunft von Menschen verö Danny haben, wir zu uns anfangen. Und wir müssen ja auch sagen, dass wir uns ein bisschen als auch darüber tun, dass wir uns wieder eingeführt haben. Und wir müssen uns auf eine Lösung. Und wir müssen uns auf den Weg machen und darüber machen, dass wir uns das ein bisschen zu essen wollen. Und wir müssen uns auf den Weg und uns auf die Zukunft ausprobieren. Wir müssen uns auf die Zukunft jetzt bringen.